Hallo Leute, ich bin der Alpenbildschirm, ich spiele weiter Techsplorer. Also, das können wir am Anfang etwas Neues machen. Wir werden zwar noch immer etwas bauen. Wir haben einen Digital Miner-Laschke gebaut. Und ich habe geschaut von Solar-Panelen. Das werden wir versuchen zu machen. Da gucken wir mal bei Solar. Wir haben verschiedene. Ich denke, dass die Maschine das Mechanism kann. Werde ich auch gucken, habe ich die Mechanism Solargeneratoren oder die verbesserten. Aber ich muss mit dem normalen aufhängen. Ich weiß nicht direkt für was. Denn verbesserten wird ja normaler dafür. Das tun wir aber auch relativ einfach zu machen. Wir müssen sie einfach unten knüpfen. Also, für das Solar-Panel zu machen, brauchen wir natürlich die Panels selber. Wir brauchen irgendwelche Aloe, das hat man Filz. An der Lechter Eisen, Osmium Stubbs und ein Energy Tablet. Aber das steht schon mal. Das sind Römmchen-Widget-Aloe-Mod-Dinger. Okay, ich kann probieren mal direkt vielleicht für zwei Verbesserter zu machen. Wir gehen direkt auf dem Niveau rauf. Das heißt, wir brauchen dann ganz acht Stück. Das hier ist... Oh! Ich kann ja vorher mal geschrieben haben, oder? Ähm... Ich könnte machen mal acht von denen hier. Und da kommt gut mal, was wir also haben. Energy... Nehmen wir gut kennen. Ja. Also, wir brauchen En-Widget-Aloys. Okay, da haben wir da. Gott sei Dank. Aber die sind nicht schwer zu machen. Nein, das sind halt. Ah, nicht wahr so. Da brauchen wir Gold. Ich schmenge hier und da. Und der Rest wäre Webster. Das ist schön. Falsch. Okay. Ich bin ganz schlecht drunter. Nicht richtig weg. Das ist verständlich. Ah. Jetzt sind nicht alles falsch. Ich höre irgendein Kreatur drunter umkrabbeln. Eine Spine. Aber die könnten nicht dummisch. Das sind heute schlimm. Und ähm... Und voilà. Wir brauchen da dann acht Stück von denen. Ah, die stacken sich leider nicht. Und kein Gold mehr. Okay. Ich mach Gold mehr besser nehmen. Ich mach wohl alles besser nehmen. Das ist kein Grund, wo den Amfungen so zu halten. Also... Drei. Eier. Eier. Und acht. Okay. Dann haben wir das einmal gemäht. Dann kommen ein bisschen mehr schnell weiter. Das kann alles meistens so massiv Zeitbord. Und das ist auch wirklich ein komplexes Bild. So gesehen. Mit Solarpanelen. Was brauchen wir da? Nachher. Oh. Ich weiß nicht, ob wir da noch genug werden. Das muss Osmium nachher. Oh. Ich weiß nicht, wie viel Osmium wir haben. Wir brauchen mal Glaspanels. Der wäre ich da sicher nicht genug hin. Wir haben da mal Puh. Zack. So. So. Dann setzen wir die da hin. Eier. 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 Ich habe gesehen, dass es dort schon nicht genug sind. Und so. Richtig. Okay. Brauchen wir da acht Stück. Ah ne. Wir brauchen noch mehr wie acht. Wir brauchen noch drei pro. Wow. Okay. Wir müssen definitiv ein paar von denen machen. Wir haben da im Moment genug für drei. Äh. Ja. Drei mal acht. Okay. Wir brauchen noch ein Päckchen. Äh. Wir müssen mehr enriched Alloys machen. Davon ich mich natürlich ehre, weil da dein Verschluss Eisenmott-Wetstone. Ja. Eisenmott-Wetstone. Wir haben noch ein Päckchen Eiser gemäht. Ich will mal die 53-Mott mit noch 28-Blick. Easy. Ich will noch ein bisschen Wetstone-Mott. Ich weiß nicht, wie viel ich da brauche. Allee. Andere gehen wir. Ja. Musik fehlt. Hm. Metallurgische Infuseur. Ich setze mal 1,43 Gucke. Wie viel möchte ich das? Das möchte 90. Äh. Setzen die alle gut dran. Lassen wir hier mal besser schaffen. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Es wäre cool, wenn wir von heute Rezept gehen dealen. Weil noch einer wäre. Schließend, wie viel wir da noch brauchen für den Uffern? Wollen wir den nächsten Stück holen? Wir müssen noch 24 kommen. Okay. Brauchen wir mal noch ein 15 Stück mehr. Das ist richtig von denen heute. Nein. 15. 15. 15. Ich will nur fangen. Okay. Dann warten wir mal. Day 15 mal Mat. Denn heute schafft weiter. Dann. Dann. Befehle da ist aus mirim. Ich hoffe, dass wir genug aus mirim machen. Boah, schön massiv viel, ähm, aus meinem Stipps. Ah, jetzt noch Glas. Ich hatte ein ganzes Päckchen Glas noch gemäht. Ach so, klappt das nicht. Ich kann da auch raus, doch. Ich probiere an Heimat. Okay, das klappt. Okay, an der Zeit muss 3 Euro Päckchen weiter gemäht sehen. Gut, die räumen wir da mal schon fertig, weil wir werden die noch gebrauchen. Hier müsste ich machen, dass ein Output automatisch rüber geht. Das wäre für mich praktisch. Dafür müsste ich alles neu verkabeln und ich weiß nicht, wie ich da nicht so etwas gegenmache. Dann kann ich mal einen Daimon Mat. Äh, der Rest kann ich ruhig machen, ja. Voila, gehen wir mal zurück. Die bei 22 Stück, machen wir da noch 2. Und viele Glaspanels. Mir natürlich fehlen da Glaspanels. Tja, ich hatte genug Dich mit. Ah, nein, ich habe keinen Bock, das Rezept aus dem Dich zu holen, dafür darf ich mal auch jener, ich brauche einen Portablen Dich. Ich weiß nicht, wie viele Dich-Panels ich überhaupt brauche, ne? Ich mache mal mehr im Fall, wo ich mehr Solar-Panels brauche. Voilà. Tuck, tuck. Ja, ja, da ist viel hin an dir. Galas, äh, Glas. Nee, komm, tipp doch mal richtig. Ähm, ich muss halt mal ein bisschen tasten. Okay. Ups. Okay. Ähm, Panel. Ja, also die Heiden. Tuck, und... Okay, fairer und zwar ein Stück, gut. Dann geben wir mal zurück bei den Solar-Generator. Okay, das muss man dazu so zusammensetzen. Ich weiß nicht, wie werde ich die Fragezeichen so selten benutzen. Ich weiß nicht, wie werde ich das tun. Ich weiß nicht, wie werde ich so viel ausmümmt, das tun. Okay. Okay. So weit, so gut. Okay. 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 Nice, ok, nimm mal da zwischsteck, dann guck nicht, wer ein Kabelbenutzmechanism ist. Kannst du nicht einfach normale Kabel benutzen, hab ich durch das? Doch ich kann, ich bin die ja schon benutzt. Soll ich dir ein Handsteuerland, ich weiß es nicht, aber ich guck mal, was ich hunde. Das ist ein Gurkeng. Wow, das ist doch schon lange hier. Das ist ein Gurkeng-Hund. Ok, was muss man da machen? Ich habe schon mal die Hälte gemäht. Du brauchst eine Mischung, ich weiß es, Glowstone, Redstone, Mixture, oh Gott, hör nicht das noch. Ja, schön ist es noch, aber gut. Ah ja, ich hatte ein Update gemäht von dem ganzen Modpack. Und du hast, du und ich habe es gemäht. Ich wollte gucken, was alles neu ist und so weiter. Und am Anfang haben sich verschiedene Sachen abgedeht. Das ist ein neues Trick. Neues. Und, äh, ich guck nicht Energium und, äh, ich guck nicht. In unserem Fall haben wir drei Sachen abgedeht. Aber, auf der anderen Seite war ich ein bisschen enttäuscht. Weil, ähm, viele Sachen war ich gut gesehen. Und der andere, mein ganzes Küche war fort. Alle meine Magical Crops waren fort. Äh, ja, echt cool ist. Äh, ich habe schon mal viel geholt, um die Folgen ein bisschen lang zu machen. Wir hatten die Mischung immer bei 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten. Wir probieren mal so, wie, 15 bis 20 Minuten pro Folgen zu machen. Das ist ein ganz einfaches Grund, dass ich da mir nur gesehen, dass Heinz du ein bisschen, ja, wenig war. Och, ich gucke mal, ob ich, äh, Conduit bind das hin. Hm, ne Maus, nicht der ist aber Hund. Ja, der Hund ist da, okay. Jetzt sind ich den Molchhorn ab. Voilà, dann nehmen wir Molchhorn aus den echtes Set und Kabeln. So mal, dann können wir abzufanken. Okay. Bloß sind der Rest für sich schaffeln und dann gehen wir das heute direkt testen. Bauen das gleich nicht, was so dummes. Das ist der Wert, schmecken. Ich werde mal für Ränke schlaufen. Schon nicht ewig nicht gemäht und dafür empfunden wird, denn heute wird noch nie gespeichert. Deshalb sehe ich sie noch nie, nur großartig gestorben seit einer langen Zeit. Das ist noch eine Zeit. Oh, da war noch ein Crafting-Tipp. Schon in heute vergiss. Und, äh, ich hatte überhaupt geguckt. Ich hatte geguckt nur mehr Infini Hammer. Also bei mir, den Infini Digger ist noch nicht dran. Den hast recht mal in einer späteren Version dabei kommen. Also bei mir, den halten wir doch schon, äh, 2 Millionen an Epsi Attack Damage. Mit mir lassen wir es nicht zu machen. Die kann ich nicht, die kann ich nicht bauen. Aber das ist ein Item, den ich empfange, just über die Kreative Mode kennenzulernen. Das empfangen, ähm. Es sind den Item gemäht auf Spaß. Einfach so. Das ist, äh, das ist eine OP für einen vom Glückstück existierend. Auf jeden Fall. Also, da gucken wir mal heute mal ein Kerl, die in Heiden hier, denn das ist ja im Moment so geschlossen. Ich würde am Funkhändisch die zurückholen, ich wünsche mir die auch zurück, das wäre ich wirklich schon durchgegangen. Oh, wie zabe ich es drauf guckt. Ah, Zyndopur. Ok, nur effektiv. Das ist gut, da steht es zurückholen. Das ist alles, das ist nur ein Deadblock. Aber warte. So finde ich den Heiden. Stopfen wir den Teutel, das ist so. Gleich ist der Teich da, am Spannen können halt einen E-Block Raum spawnen, dürfen wenn die da bannen. Andere Kreaturen brauchen mehr Platz, das tun wir mal. Ok. Jetzt halten wir es da gemäht. Tak, tak, tak. Ein komisches Softgeloot. Ich weiß nicht, werde ich mal den Soul Aspects wirklich gar nicht finden. Ok. Dann Kabel, Kabel, das tun wir ja verstanden, das ist das. Und dann gucken wir, ob ich die einfach so. Ah ne, ok, einen drinnen. Das Bild hat nur der Buffer von 80.000. Und das bringt dran an den Heiden, der wird auch selber von 80.000. Hat ich hier nicht das konfiguriert? Ach doch. Mir möchte noch ein Auto kommen, aber das ist scheinbar ein Päckchen Eisen, ne? Oh ja, hier ist ein Päckchen Eisen. Und das ist ein Päckchen Eisen. 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 Jetzt wird einfach ein Päckchen Eisen. Ich weiß nicht, was ich heute so schnitten muss. Weil es immer selbst hat mir oft fehlt. Ich sag den. Ich kann den mal löschen. Den halt nochmal löschen. Und man starten. So war das, ne? Jetzt setzen den halt dran. So. Okay. Dann starte mal. Hm. Das ist die Gönnächtung von Klevenschnett. Das ist die Gönnächtung von Klevenschnett. Also. Material. Also dreimal denn. Es gibt auch wen wir normalerweise filmen. Das ist ziemlich einfach. Guck mal warum. Da fällt mir immer aus der Tasche. Ich sprenne echt den Klevenschnett. Dann werden wir bis nach Mikrolohres. Wir holen einfach banale Koffer. Das ist nicht normal. Ich finde Gönnächt. Das kann nicht sehen. Das kann nicht sehen. Das kann nicht sehen. Ich muss raus von der Wehe entwicklen. Ich werde mir nirgendwerte Zeit in mir bauen. Material. Was ist das rosa? All okay. Using Materialaufkopper. Ne. Du kannst auch gar nicht antippen. Hä? Wir sind ein bisschen verwirrt. Entschuldigung. Das ist Vanilla. Ich tippe Vanilla an. Äh. Lapis. Zum Beispiel. Lass einотыgeln. Tod. Das ist einfund. Ganz einfach. bin. cripten Und es ist ehem conversant. Painitos� gucken und zu klären und so weiter. Ich würde immer mal Solarpanelen für Energie machen, den Heiden, den aus Off-the-Grid. Ich muss es richtig verstehen, wie die Heiden funktionieren, weil das ist ganz komisch, dass ihn doch gar nicht findet. Und ja, ich muss sicher wissen, wie das ist. Na ja, ich wünsche euch nicht danach erscheinender. Und bis nächste Woche dann. Allez, ciao. Bis zum nächsten Mal.